Astrologie. Drei Sternzeichen haben das Universum Woche auf ihrer Seite. Der Mai ist insgesamt ein Monat, in dem wir es mit positiven, energiespendenden Einflüssen zu tun haben, sowohl aus unserer unmittelbaren Umgebung wie Natur und Gesellschaft als auch aus dem Universum. Die dritte Maiwoche bringt insbesondere aus astrologischer Sicht neuen Schwung und Optimismus mit sich. Am Montag, 15. Mai, endet die Rückläufigkeit des Merkur, was wir in den vergangenen Wochen aufgearbeitet haben, kann nun in unseren Alltag und unsere Zukunftsgestaltung einfließen. Am Freitag, 19. Mai, beginnt dann mit einem Neumond im Sternzeichen Stier ein neuer frischer Mondzyklus. Dieser eignet sich und regt dazu an, gegebenenfalls auch größere Projekte aufzunehmen. Am 9. Mai, endet die Fer Hammer.